Ja, ist ein Bild, die alle sehe. Ich lasse das einmal so stehen zum Betrachten, wem es gefällt vielleicht. Dabei habe ich mir eigentlich mit dem Messer in die Hand gestochen, aber man soll ja nicht so sprechen. Vielleicht kann ich noch Details herzeigen. Ja, vielleicht ist es ganz gut und fremd.